Moin Leute Trimaxx hier, es geht weiter mit Clash of Clans. Wir sind, Stand jetzt, der beste Clan der Welt, was einfach nur absolut geil ist. Insgesamt mit euch als Community, die hier mithelfen können. Unsere Clanstadt hat einen Wert von 10 Millionen Juwelen, 10 Millionen Gems, was der absolute Wahnsinn ist. Wir sind, glaube ich, heute Level 8 gekommen und wir können jetzt, wir sind als allererstes Level 8 und wir können jetzt als allererstes Stadtrathaus, also Capital Peak, Level 9 freischalten. Wir sind bei 560.000 von 800.000. Ihr könnt ganz entspannt in den Clan reinkommen, indem ihr erstmal hier eure Schmiede am Laufen habt. Guck mal hier, zum Beispiel einmal am Tag könnt ihr umsonst einsammeln, 550, du solltest hier einmal einsammeln. Und dann kannst du hier einfach Ressourcen umwandeln. Dann joinst du dem Clan, was du hier siehst, auch wenn ihr auf YouTube gerade seid, joinst du diesen Clan hier. Da sind rund um die Uhr 10 Leute online, Vizeanführer, die euch den ganzen Tag reinlassen, allerhöchstens 60 Sekunden Zeit. Geht durch euer Clangold rein und geht wieder raus. Der Clan hat einen Wert von 71.000 Euro. Also würde ich sofort einen neuen Account machen mit einem neuen Clan. Und ich möchte das gleiche Level, wie wir es bei uns in der Clanstadt haben, müsste man 71.000 Euro ausgeben. Das ist so, so, so geil, was wir als Community gerissen haben. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen Stephanie Kapp. Das ist ein indischer Multimillionär oder Milliardär. Der hat 50 eigene gemäxte Accounts. Er selber hat über 50.000 Euro in die Clanstadt reingepayt. Und wir sind trotzdem vor ihm und zerstören ihn die ganze Zeit. Das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Wir können hier sehen bei Überfallinfos, wie viel wir mitgenommen haben. Aber wir haben auch den besten Angriff der Welt. Ah, ich bin nur noch der Viertbeste aus dem Clan von den Angriffen. Der ist, glaube ich, richtig sauer. Ich kann es mir auch vorstellen. Würde mir stinken, dass wir jetzt so über ihn drüber fahren. Ihr könnt das Ganze natürlich unterstützen, indem ihr in den Clan kommt. Oder wenn ihr euch irgendwas im Shop holt, gibt es hier oben den Creator Code. Da gebt ihr Trimax ein. Das hält sieben Tage. Holt ihr euch einen Season Pass. Das geht klar. Eventuell mal ein Angebot geht auch noch. Aber gebt auf gar keinen Fall mehr Geld aus für das Spiel. Man kann sich auch alles Free-to-Play erspielen. Und jetzt seid ihr gefragt. 640.000. Wahnsinn. Ihr könnt reinkommen. Hier links seht ihr es. Ihr habt Scheiße gebaut. Wenn ihr gekickt wurdet, dann wart ihr zu langsam. Am besten kommt ihr rein. Drückt aufs Capital Peak, aufs Stadtgipfel. Steckt euer Clan Gold ins Stadtrathaus und geht sofort wieder raus. Und ihr selber verlasst seid ihr genial. Wir sind bei 650.000. Keine Ahnung, wie viel das ist. Können wir mal ganz kurz ausrechnen, wie viel 800.000 Clan Gold kosten. Ich habe auch noch 550. Verbessern. Zack. Und wir sind schon bei 760. So viel hast du gespendet. Stimmt, das kann ich ja ganz einfach ausrechnen. Mein Clan, Clanstadt. Ich habe 900.000 gespendet. Und wie viel habe ich gespendet? 5.500. 5.500 Euro sind 900.000 Clan Gold. Jetzt brauchen wir 800.000. Also ja, das haut hin. Das entspricht 2,4 Milliarden Gold. So ist Gold passend so dazu. Okay, stimmt. Ich habe den Gold passend. Ich kriege es ein bisschen günstiger. Fertig. Fertig. Ganz entspannt. Wir haben ein bisschen geschnackt. Unser Rathaus Level 9. Und jetzt wird es interessant. Wir müssen 197 Gebäude verbessern. Und die werden jetzt richtig, 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 richtig teuer, um es auf Level 10 zu bringen. So, und was ist jetzt das nächste? Was machen wir jetzt? District Hall im Barbarenlager upgraden. Und das ist das Gute. Das Capital Peak kann Level 10 werden. Das Barbarenlager kann Level 5 werden. Alle Distrikte können Level 5 werden. Das ist das Höchste. Wir könnten jetzt den Barbarendistrikt maxen. Und es geht los. 300.000. Auch das ist wieder gigantisch viel. Ihr erinnert euch an die ersten Streams, wo wir hier saßen. Wo wir als Clan 2000 zusammensammeln mussten. Jetzt müssen wir 300.000 zusammensammeln, um das allererste Bezirksrathaus jemals in Clash of Clans zu maxen. Bezirksrathaus Level 5. Können wir jetzt schaffen. 110.000. Zieht man sich an wie eine Auktion? Scheiße, ja. 113.000. 118.000. Ist das geil. Vielen Dank auch an jeden Einzelnen, der da mithilft. Das ist so fett. Ihr müsst nicht da lassen. Das macht keinen Sinn. Wenn ihr euren eigenen Clan habt oder irgendwas. Es ist weg. Ihr habt davon nichts. Seid ihr nicht im Clan. Ihr habt nicht die Clan-Griffe. Ihr kriegt keine Clan-Nedalgen. Ihr habt davon nichts. Ihr habt davon nur ein Video. Ihr wart Teil davon, vom allerersten Bezirksrathaus jemals mitgemacht zu haben. Was cool ist. Aber ihr selber, euer Account nicht. Null. Die werden so hart einen 1-Tage-Cooldown machen. Ja. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das, was wir hier gerade machen, in der Woche oder so nicht mehr geht. Die haben das Update gebracht, dass du als Clan da wirklich Jahre dran sitzt. Jeden Tag aktiv spielst und Content hast über Jahre. Krasse Stadtgoldfarm. Kannst du toll machen, wie man das nachbaut. Fertig. Bezirksrathaus in Barbarenlager. Max. Das allererste Bezirksrathaus auf der ganzen Welt. Max. Ist das geil. Holy Shit. Oha. Das sind ja 1, 2, 3 Gebäude. Auch 3 Gebäude. Jetzt Niki Arthus in der Kaserne upgraden. Oh mein Gott. Das ist die stärkste Truppe. Auch laut Itzu. Na. Schleich. Schützen. 250.000, um eine Truppe zu maxen. Ist es dann auch unsere erste gemächste Truppe? Ne, ne. Wertvollster Clan-Kamerad. Trage 2 Millionen Stadtgold für Verbesserung in der Clanstadt bei. Aber das geht nicht. Ich habe jetzt 500 aufgeladen. Ne, ich kaufe 340.000 dunkles Elixier für 94 Euro. Ne, ich kaufe 340.000 dunkles Elixier für 94 Euro. Ne, ich kaufe 345.000 dunkles Elixier für 95 Euro. Barbarenlager. Alter, 115.000 kamen von euch. Ich ballere nochmal 24.000 rein. Oh, da kam nochmal eine dicke Portion. 145.000, geil. Das kriegen wir voll. Das ist die erste gemächste Truppe überhaupt. Ich kaufe 345.000 dunkles Elixier für 95 Euro. 211.000. 212.000. 215.000. 225.000. Da hat jemand 10.000 auf einmal dagelassen. Holy shit. 230.000. Ist das dann die erste max Truppe weltweit? Ist es das? Ja, oder? Es ist die allererste max Truppe überhaupt in der Clanstadt. Geil. Wir haben so viele Meilensteine hinbekommen. So geil. 248.000. Zack. Schleich, Schützen, Kaserne, Level 5. Damit haben wir die Dinger einfach auf Level 5. Einfach eine gemächste Truppe. Clanstadt, Überfallprotokoll. Da. Also wir wurden noch nicht angegriffen. Nochmal für 95 Euro. Ich versuche seit 10 Minuten in den Clan zu kommen. Leute, geht schnell raus. Geht schnell. Ihr müsst schnell wieder rausgehen. Nicht anfordern. Nichts schreiben. Je schneller ihr rausgeht, desto schneller kommt der Nächste. Jeder, der super schnell rausgeht, ist extrem geil. Reinkommen, Kleingolz spenden, rausgehen. 143.000 und voll. Bezirksrathaus vom Golemsteinbruch, Level 4. Holy shit. Können wir das jetzt hochziehen? Oh, wir könnten jetzt unseren Golem auf Level 4 verbessern. Unseren scheiß Berggolem, ey. Der hat dann 40.000 Leben. Digga, wer hat denn 40.000 Leben? Was? Was? Was braucht denn 40.000 Leben? Clan, ich bin bei 988.000. Ich lad nochmal ein. Ich mach jetzt ganz voll. Ganz unten noch viele Ruinen. Aber die sind noch nicht freigeschaltet jetzt für das Level. So. Für 95 Euro. Dunkes Elixier kaufen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat die Community unendlich Clan Gold. Ja, warum? Wie geht das? Wieso hört es denn nicht auf? Wir haben aktuell zwei Capital Level höher als die Zweitbesten. WTF. 12.500. Zack. 5.600. Zack. Und jetzt ist es, glaube ich, passiert. Clan Gold. Ja, eine Million 10.000. Damit bin ich Clan Capital Gold Level 68. Eine Million ist geknackt. Ich hatte auch noch ganz viele Runen und sowas, ne? Aber am Anfang hatte ich 2.000 Euro ausgegeben. Und 2.000 Euro kamen ungefähr von der Community an Clan Gold. Jetzt habe ich 6.000 ausgegeben. Und von euch kamen 70.000 in Euro umgerechnet. Die Ressourcen, das Clan Gold. Ohne euch hätte ich nicht 6.000 zahlen müssen, sondern 76.000, um jetzt auf dem gleichen Stand zu sein. Krank. Ganz, ganz krank. Wir müssen der erste Clan der Welt sein, der maxed es. Ja, morgen Abend wollen wir erstmal Capital Peak Level 10 bringen. Heftig. Okay, das war extrem geil. Wahnsinn. Eine Million Clan Gold insgesamt schon reingesteckt. Ja, auch wahnsinnig stark. Wir haben die erste Truppe überhaupt maxed. Stadtgipfel Level 9. Verbaren Lager maxed. Äh, Schleichbogen schützen maxed. Absolut heftig. Und da werden auch noch ganz viele Updates in Zukunft kommen. Dieses Jahr wird ja auch noch dann Rathaus 15 kommen und und und. Das wird geil. Denkt gerne dran. Helfen Milz, kommt in den Clan. Haut euer Clan Gold rein. Und denkt auch an den Crater Code Trimax. Meinung sehr gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.